An zweiter Stelle Hamburg mit 3.5 zu 5 Tore, an dritter Stelle Neuenbauer mit 1.5 und 3.4 Tore, an vierter Stelle mit 1.5 und 3.5 Tore. Tore, an vierter Stelle mit 1.5 Tore, an vierter Stelle mit 1.5 Tore. Das war der Kanzler, der Kanzler, der Vollschützer, die Nummer 4. Die Kanzler, die Nummer 4. Die Kanzler, die Nummer 4. Die Kanzler, die Nummer 4. 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 Die Nummer 4.